Am heutigen Freitag stehen zwei Dinge im Fokus, meine Damen und Herren, die sicherlich das Gesprächsthema heute schlechthin sein werden. Erstens das Verbot von Bitcoin durch die Türkei nach Indien und Nigeria, also das dritte große Land, das Bitcoin hier verbieten will. Und die Konjunkturdaten aus China, die in der Summe doch eher enttäuschend ausgefallen sind, da hatte man sich teilweise mehr erwartet. Das einzige, was besser war, war der Konsum, also die Einzelhandelsumsätze, dazu gleich mehr. Schauen wir uns die Geschichte mal an, mit welchem Setup starten wir in den Tag. Und da ist zunächst dieses Bitcoin-Verbot der Türkei, gilt ab 30. April. Klar, die Türken, respektive Erdogan, haben ein Problem, eine absaufende Wirtschaft bei ziemlich heftiger Inflation, bei gleichzeitig einer deshalb sich entwertenden Fiat-Währung namens Lira. Und der Erdogan ist unter Druck, die Wirtschaft läuft nicht, er muss irgendwie Wege finden, um hier die Dinge aus dem Dreck zu ziehen, sozusagen. Und die Türken, die betreiben Kapitalflucht, wo sie können, haben Gold gekauft, versuchen eben offenkundig auch Bitcoin sich zuzulegen, als Reserve, als Alternative zu einer sich permanent abwertenden Lira. Und dem soll null ein Riegel vorgeschoben werden. Und das, obwohl, wie wir hier sehen, oben bei einem Zinssatz von fast 20 Prozent, gestern die türkische Lira wieder etwas unter Druck, nachdem der neue Notenbankchef die Zinsen unverändert gelassen hatte, fast 20 Prozent Zinsen, das geht nur, wenn man eben auch eine ziemlich galoppierende Inflation hat. Unten sehen wir in einem Chart übrigens von Capital.com, dass ich das mal wieder sagen darf, meine Damen und Herren, ist großartig. Jedenfalls sehen wir da Dollar zu türkischer Lira, da waren wir Ende 2018 noch bei 3,50. Jetzt sind wir so im Bereich 8 bis 8,50, also innerhalb von gut zwei Jahren eine totale Entwertung, hat sich praktisch der Dollar mindestens um 200 Prozent hier gegenüber der türkischen Lira steigern können, mithin also die türkische Lira abgewertet und das ist natürlich ein ziemlicher Hammer. Hier in Sachen Bitcoin, Bitcoin-Verbot, heute um 17.30 Uhr will ich das Interview, das ich gestern geführt habe, mit Blocktrainer online stellen, da ging es auch um die Frage, was werden die Staaten machen, was werden vor allem die USA machen, wird man Bitcoin verbieten, kann man ja nicht verbieten, aber man kann die Konvertierbarkeit verbieten, das heißt man kann sagen, oh Bitcoin in Dollar, nee das geht nicht mehr, das wird nicht mehr getauscht, Bitcoin in Euro auch nicht, in Yen auch nicht, in Franken nicht und so weiter und so fort. Darüber haben wir diskutiert, aber über viele andere Dinge auch, finde ich sehr sehenswert, 17.30 Uhr schauen Sie da auf Info rein, bei Finanzmarktwelt.de oder eben auf YouTube wird das Ganze online gestellt, sehr leidenschaftlich und intensiv. Schauen wir uns jetzt mal an die zweite Baustelle, das zweite große Thema heute, das sind die China-Daten, gehen wir es mal kurz miteinander durch, da haben wir die Industrieproduktion, 14,1 Prozent zum Vorjahr, deutlich schlechter als erwartet, da war ein Plus von 18 Prozent erwartet, jetzt sagt man 14,1 Prozent, das ist doch spektakulär super, ja natürlich, aber wir waren letztes Jahr bekanntlich im März in China noch in einem Lockdown, da waren die Dinge natürlich noch völlig anders als später, das heißt, das ist eben dann doch eine Verfehlung der Erwartung, Industrieproduktion, 24,5, 26,5 erwartet, also auch schwächer, Fixed Assets Investments, also praktisch Investitionen, ganz leicht schwächer, deutlich besser allerdings Retail Sales mit einem Ansteck von 34,2 Prozent, 28 Prozent erwartet, also Konsum funktioniert in China und dann haben wir eben auch zunächst mal das erste Quartal 2021 plus 0,6 Prozent zum Vorquartal, eigentlich erwartet ein Plus von 1,4 Prozent, also auch das enttäuschend, aber wir haben natürlich dann im Vergleich zum Vorjahresquartal, haben wir als China ja im totalen Lockdown war, haben wir einen Anstieg von 18,3 Prozent, manche schreiben Blowout Quarter, naja, wenn eine Firma 100 Euro Umsatz macht und dann ein Jahr später 120 Euro Umsatz macht, dann hat sie 20 Prozent Steigerung, klingt super, aber ist praktisch ein Fliegenschiss, also muss man in Relation sehen, damals lag China komplett tot am Boden, wenn man so will, durch die Corona-Geschichte, durch die erste Welle, wenn man also jetzt 18,3 Prozent wächst, von wenig zu wachsen, ist dann eben auch nicht so schwer, hier sehen wir unten dann Quartal zu Quartal eben, dass das Wachstum doch jetzt deutlich nachlässt, das ist das schwächste Wachstum, was wir jetzt seit Langem gesehen haben im chinesischen Quarter to Quarter, also praktisch Quartal zu Quartal, naja, also nicht so richtig toll, das ist etwas, was vielleicht diese Hoffnung auf Boom, auf diese ganz große Erholung ein bisschen trüben könnte und nicht nur deshalb ist gestern ein Trend, der sich fortgesetzt hat, dass Value Underperformed Growth, also Value Aktien, die sind schlechter gelaufen wieder als Growth, also als Tech Aktien, wenn man es so sagen will, und das einhergehend mit dem Fall der Renditen, 10 Jahre über Staatsanleihe gestern unter Druck, obwohl wir gestern sehr, sehr gute US-Konjunkturdaten hatten, vor allem US-Einzelhandelsumsätze, besser als erwartet, aber da standen einfach zu viele Short in dieser Anleihe, spekulierten also auf steigende Renditen und irgendwie werden die jetzt aus dem Markt gekegelt und wenn die Renditen fallen bei den US-Staatsanleihen, dann fallen auch meistens Value Aktien, zumindest in Relation zu Growth, also dann ist das besser für Tech Aktien als eben für die Value Aktien, aber wenn wir von Value sprechen, schauen wir uns zum Beispiel mal hier den Russell 3000 an, das ist Russell 2000, schauen wir uns mal diesen Index an, der als Value Index gilt, aber gucken wir mal hier genau hinter die Kulissen, wie viele, wie viel Prozent dieser Firmen, die im Russell 2000 gelistet sind, angeblich ein Value Index machen Verluste, knapp 40 Prozent, das muss man sich mal vorstellen, wo da also Value ist, muss man vielleicht mal ausführlicher erklären für solche Naivlinge wie mich, also da ist natürlich unter Value viel subsumiert, was faktisch Junk und Trash ist, aber es geht eben offenkundig hier nur um das Geschäftsmodell, ob das sozusagen, naja, technologisch oder technologieaffin ist oder eben weniger technologieaffin ist. Schauen wir uns hier mal die Performance an, jetzt gestern an der Wall Street, defensive Sektoren wieder stark, Healthcare, Real Estate, ganz deutlich vorne, Utilities, Versorger also, aber eben auch Tech, 1,9 Prozent, was nicht gut gelaufen ist, ist Energy, nach dem, nach der Rallye am Vortag und vor allem die Financials, weil eben die Renditen zurückgegangen sind und wir hatten ja jetzt die Zahlen von J.P. Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, gestern, was haben wir noch gehabt, andere auch noch, fällt mir jetzt nicht ein, ist aber auch eh wurscht und wir sehen aber, dass die Banken also offenkundig trotz dieser sehr guten Zahlen nicht gut laufen. Warum? Erstens eben, weil die Renditen jetzt gefallen sind, das ist schlecht, damit verflacht sich jetzt derzeit auch wieder die Zinskurve, Versteuerung der Zinskurve heißt, größere Marge für die Banken, das ist das eine, aber das zweite ist eben auch vor allem das Lohnwachstum, also das, was die, nicht das Lohnwachstum, das Kreditwachstum, das, was die Banken an Krediten vergeben und das ist sehr, sehr schwach, da sehen wir kaum Zuwächse, teilweise sogar Rückgänge, sodass jetzt das Verhältnis zwischen Krediten, die Banken ausgeben, zu den Einlagen, die sie haben, nämlich durch Kundeneinlagen, durch Gelder, die auf praktisch die Konten geflossen sind, so gering ist in Sachen Kredit wie seit 36 Jahren nicht mehr. Also wir sehen, da ist offenkundig nicht so wahnsinnig viel an Kreditvergabe der Fall, Misstrauen der FED respektive der Banken gegenüber den Konsumenten in den USA, die ohnehin ja Hals über Kopf verschuldet sind, durchschnittlich und viele dann eben nach wie vor keinen Job haben, das Risiko für die Banken also gestiegen ist, dass sie ihr Geld vielleicht nicht wiedersehen. Kommen wir zu den Aktienmärkten, meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Rekord, 96,4% der Aktien im S&P 500 haben über ihrem 200-Tages-Durchschnitt geschlossen, das gab es noch nie, nie ist eine vergleichsweise relativ lange Zeit, aber die Daten gibt es erst seit 2002, aber immerhin also seit fast 20 Jahren haben wir etwas Ähnliches noch nie gehabt, das zeigt die Überhitzung, die wir derzeit an den Märkten sehen, auch sichtbar im Schiller KGV, das ja bemisst das Kurs-Gewinn-Verhältnis der verschiedenen Aktien, inflationsbereinigt über die letzten 10 Jahre, also über einen längeren Zeitraum, das gibt eine bessere Vergleichbarkeit, also hier sehen wir, es ist jetzt nicht gerade billig und da ist natürlich auch viel Optimismus eingepreist, auch in Sachen Konjunktur, da ist die Frage, kommt dieser Optimismus gerechtfertigt zum Tragen, aber zunächst mal, wer macht es möglich, dass eben diese Bewertungen der Fall sind? Die Zentralbanken, die Notenbanken, also wir haben es das erste Mal die Marke von 31 Billionen Dollar überschritten, was die Bilanzen der Notenbanken betrifft, allein in der letzten Woche hat die Fed ihre Bilanz um 84 Milliarden Dollar ausgeweitet, wenn man das jetzt mal mal 4 rechnen würde, nämlich 4 Wochen, dann wären wir da bei einem Zuwachs von weit über 300 Milliarden Dollar, aktuell also die Fed Bilanz 7,79 Billionen Dollar, nicht schlecht, aber in Relation zum BIP der USA im Vergleich mit der EZB doch deutlich weniger. Ja, eben hier jetzt diese Frage, boom, 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 hier sagt Barclays, ja wir erwarten Boom, boom, da wird sozusagen bis 2022 wird das so weitergehen, gerade was sozusagen Transport, also was Welthandel angeht, aber wir haben so ein paar Bremsspuren, zunächst aber nochmal die gute Nachricht, die Manufacturer, also die Befragten aus dem produzierenden Gewerbe, so muss es heißen, die wollen mehr Leute einstellen, die wollen investieren, weil man eben auf die Nachfrage reagiert, die jetzt eben so Pet Up Demand, wie die Amerikaner sagen, also praktisch eine Nachfrage, die sehr schnell und sehr heftig kommt, jetzt nach Corona, aber die Fed hat jetzt darauf hingewiesen, also wir sehen zunehmend ein Problem mit den Lieferketten, und das könnte ein echtes Thema werden, und das sieht man zum Beispiel beim New York Manufacturing Fed Index, also von der New Yorker Fed ermittelten Index über das produzierende Gewerbe in der Region New York, da gibt es die Lieferzeiten, Delivery Time, und was Sie hier sehen, ist kein Crypto-Chart, sondern das sind eben die massiv steigenden Lieferzeiten, es dauert also viel länger, dass die Firmen das ausliefern können, was sie hier an Bestellungen haben, denn das zeigt eben diese Probleme in der Lieferkette, und die Probleme in der Lieferkette sind tendenziell preissteigend, sind also tendenziell inflationär, und wir haben jetzt eben dann die Frage, wie schaut es denn aus mit dieser ganzen Corona-Geschichte, jetzt eine interessante Wendung, Pfizer hat es gesagt, ja, also nicht nur zwei Impfungen sind nötig, sondern drei eigentlich, und wahrscheinlich müssen wir uns jedes Jahr neu impfen lassen, das ist natürlich aus Pfeisers Sicht eine schicke Geschichte, dann kann man den Impfstoff praktisch in Serie produzieren, die nächsten 500 Jahre, und hat da ein sicheres Geschäftsmodell, sagt er das nur, weil er einen Bias hat, weil er eben sozusagen hier Vorteile davon hat, wahrscheinlich nicht, wenn man mit Menschen spricht, die im medizinischen Bereich fit sind, dann sagen die, keine Impfung wirkt ewig, das ist eben der Laufe der Dinge, und solange wir dieses Virus nicht ausorten, wird das der Fall sein, und von Ausortung ist derzeit ja wenig zu sehen, ich hatte gestern gesagt, Asien sehr stark im Fokus, Thailand, Südkorea, vor allem Indien, Japan, überall steigen die Zahlen, hier sehen wir mal so ein bisschen anhand der Todeszahlen, aber eine grobe Tendenz, wo die Probleme wirklich sind, da sehen wir Brasil ganz stark betroffen, Südamerika insgesamt betroffen und Europa betroffen, aber jetzt eben auch zunehmend Asien betroffen, Afrika kommt auch langsam, aber da wird vielleicht auch weniger getestet, man weiß es nicht. Also, das ist die Situation, meine Damen und Herren, wir haben eben das Bitcoin-Verbot, das ist wirklich außergewöhnlich, damit hat keiner gerechnet, aber eine untergehende oder eine sehr stark unterdrucksseiende Wirtschaft wie die türkische, ein politisches System unter Erdogan, das deswegen unter Druck ist, weil er ja eigentlich angetreten ist, um hier Wohlstand zu liefern, wenn er den nicht liefern kann, dann muss man sozusagen die Fluchtmöglichkeiten zumachen, ich bin gespannt, wie Bitcoin heute reagiert, zunächst mal negativ, knapp über 61.000, letzter Stand, als ich geguckt habe und wir haben die China-Daten, die eher enttäuschend waren, heute kleiner Verfall an den Märkten, da könnte es nochmal ein bisschen ruckeln, ein bisschen ziehen, schauen wir mal, was passiert, ich wünsche jedenfalls einen wunderbaren Start in diesem Tag und sage Ihnen Servus und Ciao! 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 !